Habt ihr schon mal was von der Firma Overshield gehört? Die meisten wahrscheinlich eher noch nicht. Das ist nämlich eine relativ neue Supplement-Marke, die zur Abwechslung mal nicht von einem bekannten Influencer hochgezogen wird. Wäre für deren Vorhaben aber auch eher kontraproduktiv. Das Ziel von Overshield ist es nämlich, Supplements so günstig wie nur irgendwie möglich anzubieten. Und wie das funktionieren kann, das habe ich mir für euch genauer angeschaut. Also um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte die Firma Overshield jetzt schon länger auf dem Schirm und ich habe auch immer wieder deren Preise gesehen. Da ich aber weiß, was andere Hersteller für ähnliche Produkte haben wollen, war mir dieser Laden immer etwas suspekt. Fast schon unseriös. Aber ich zeige euch das am besten mal in einem kleinen Beispiel. Diese 1kg Dose Whey-Protein. Die bekommt man bei Overshield als VIP-Member nämlich schon für gerade einmal 24 Euro. Das wäre in der heutigen Zeit selbst dann schon ein sehr guter Preis, wenn es sich um ein reines Whey-Protein-Konzentrat handeln und sich aus günstigsten Komponenten zusammensetzen würde. Das Pulver hier ist allerdings in seiner Zusammensetzung eher das Gegenteil von günstig. Es kombiniert drei verschiedene Formen von Whey-Protein, wovon das Isolat und Hydrolysat sogar vom irischen Hersteller Carberry stammt. Carberry steht dabei für extrem hohe Qualitätsstandards, gewinnt ihren Rohstoff auch beispielsweise nur von grasgefütterten Kühen und kommt meines Wissens nach, sonst hier in Deutschland, auch fast nur im Final-Protein von Vaio zum Einsatz. Und welchen Qualitätsanspruch die an sich selbst haben, das sollte euch beim Anblick dieses Preises auch schnell bewusst werden. Ohne die Gewissheit, dass hier wirklich solche Markenrohstoffe zum Einsatz kommen, hätte ich Overshield das Qualitätsversprechen aber auch nicht abgekauft. Allerdings dürfen halt solche Logos nur dann auf der Dose stehen, wenn wirklich niemals eine Ausnahme gemacht wird. Der Fokus des Crème de la Crème-Proteins liegt allerdings trotz der hochwertigen Proteinkomponenten vor allem auf dem Geschmack. Der fällt hier nämlich extrem intensiv und auch ausgesprochen lecker aus, zumindest meinem Empfinden nach. Von den beiden hier ist mir besonders der Brownie-Chocolate-Geschmack herausgestochen, weil der für einen Proteinpulver wirklich außergewöhnlich schokoladig daherkommt. Die dunkle Farbe von meinem Rice-Pudding hier, die entstand auch ausschließlich durch das Mixen mit dem Proteinpulver. Ich habe hier also keinen extra Kakao oder sowas ergänzt. Was man an den Pulvern allerdings mögen muss, ist der relativ hohe Anteil an Xanthan, sprich das Verdeckungsmittel, das da zum Einsatz kommt. Da findet man zwar auf der Dose keine genaue Angabe, allerdings habe ich ja den Vergleich zu anderen Proteinpulvern. Und die Eigenschaften, die Xanthan so mitbringt, also diese zähflüssige Cremigkeit, die ist hier auf jeden Fall schon ziemlich ausgeprägt. Lactase ist dann übrigens auch noch enthalten, allerdings in einer ausnahmsweise mal sehr geringen Dosierung. Die Mengen reichen also nicht, um den enthaltenen Milchzucker gänzlich auszugleichen. Und deswegen ist die Lactase hier meiner Meinung nach auch kaum der Rede wert. Aber gefühlt ist die Lactase wirklich das Einzige, wo man etwas gespart hat. Und bei so vielen und teilweise auch höher dosierten Zusatzstoffen hat das natürlich auch immer einen gewissen Einfluss auf die Nährwerte. Aber da profitiert das Pulver wiederum von der Zusammensetzung, die ich vorher angesprochen hatte. Wir sprechen nämlich immer noch von einem Eiweißgehalt im 70er-Bereich. Brownie Chocolate fällt wegen seines hohen Kakao-Anteils wenig überraschend etwas niedriger aus, aber auch dessen Gehalt ist immer noch in einem völlig akzeptablen Rahmen. Wenn man jetzt mit den Zusatzstoffen etwas konservativer umgegangen wäre, dann hätte man bei den Rohstoffen sicherlich auch easy einen Eiweißgehalt von über 80% erreichen können. Aber die Prioritäten waren hier eben anders verteilt. Und das äußert sich halt jetzt vor allem in einem intensiven Geschmack. Ein ähnliches Bild zeigt sich dann übrigens auch noch bei den anderen Produkten. Dieser Pump-Booster hier, der enthält pro Portion 8g Citrullin-Malat, 4g Arginin-HCL, 3g Glycerin-Pulver, 2g Glycero-Max, was wiederum ein sehr teurer Rohstoff ist, plus natürlich noch einige weitere Zutaten. Aber der Preis, der liegt halt auch hier wieder bei nur sage und schreibe 16 Euro pro Dose. Und zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos gab es sogar noch einen kleinen Restbestand, der das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hatte, der dann für nur 13 Euro pro Dose abverkauft wurde. Wer sich auch nur ansatzweise mit solchen Produkten auskennt, der wird schnell merken, dass das wirklich deutlich günstiger ist als das, was man bei anderen Herstellern dafür zahlen müsste. Also preislich ist das schon echt krass, was einem hier geboten wird. Aber es gibt dann tatsächlich doch noch einen gewissen Haken an der Sache. Vielleicht seid ihr ja vorhin schon hellhörig geworden, als ich mal das Wort VIP-Member in den Mund genommen habe. Um nämlich so günstig bei Overshield einkaufen zu können, bedarf es ein Abo. Das kostet euch monatlich 14,99 Euro, erlaubt es euch aber eben dann, Supplements zu diesen extrem günstigen Preisen einzukaufen. Ich habe im Vorfeld dieses Videos mit dem Hersteller telefonieren können und er meinte zu mir, dass bei diesen Preisen, deren Gewinnmarge, wirklich fast ausschließlich auf die Abogebühren zurückfällt. So eng kalkuliert ist das Ganze. Auffangen tut sich das ein bisschen dadurch, dass die Preise ohne ein Abo dann logischerweise wieder etwas höher ausfallen. Da arbeitet Overshield dann auch ganz klassisch wieder mit Rabattcodes. Und der Code Felix, der würde euch ohne ein Abo auch immer den maximalen Rabatt bieten, der aktuell möglich ist. Der ist dann natürlich nicht so groß wie der als VIP-Member. Da ist der Produktrabatt wirklich maximal ausgeschöpft. Allerdings gewährt euch der Code auch da nochmal einen kleinen Preisnachlass auf euer erstes Monatsabo. Wichtig bei eurer ersten Bestellung ist nur, dass ihr erst das Abo abschließt und dann mit dem Abo eure Produkte bestellt. Tut ihr das nämlich nicht und legt vor dem Abschließen eures Abos bereits Produkte in den Warenkorb, dann zahlt ihr dafür nochmal die Normalpreise. Overshield lohnt sich in meinen Augen also vor allem dann, wenn man bereit ist, auf dieses Abo einzugehen. Und das weiß natürlich auch der Hersteller. Für die ist es quasi wie eine Wette. Denn so ein Abo, auch wenn es monatlich kündbar ist, bindet im besten Falle den Kunden natürlich länger ans Unternehmen. Und dann kann man eben auf sich den Profit mit den Abogebühren wieder reinholen. Inwieweit das Projekt allerdings aufgeht, muss ich natürlich jetzt in den nächsten Jahren beweisen.